Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind heute mal wieder in der Hölle aka the Nether. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen hier rumlaufen. Ja, aus mehreren Gründen. Unter anderem möchte ich mir ja dann, sobald 1.3 rauskommt, hier noch einen Weg irgendwo hin bauen. Dafür brauche ich aber noch eine andere Spitzhacke. Na ja. Aber wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen in erforscher Drang weiter. Ich mag ja unsere Hölle nicht so sehr. Na komm. Zeig dich. Wo ist der Gasp? Wo ist der Gasp? Wo ist der Gasp? Ich höre ihn, sie nur. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Ganz schön hoch. Klingt so, als ob er über uns wäre. Das ist doch eigentlich nicht, äh, wirklich, denke ich. Weil ich denke, wir sind hier ganz abgehoben. Aber die wirklich zu scouten aufgrund vom Hören. Hä? Ich höre mein... Ich höre die Musik nicht. Moment mal. Jo. Der Media Player hatte sich aufgehangen. Der letzte Weg gab es auch keine Musik. Verständlich, ne? Ja. Warum nutze ich auch den Media Player dazu? Selbst schuld. Aber bei ihm habe ich es gespeichert, alles. Und es funktioniert im Normalfall auch. Und deswegen belasse ich es erstmal dabei. Also wirklich wunderschön ist unsere Hölle trotzdem nicht. Ich kann da sagen, was er wollte. Wuhu. Okay, vielleicht sind unsere Gäste auch einfach unter uns. Wahrscheinlich die... Wahrscheinlichste Methode. Oder ein Problem durch das kurze Tappen und das gerade im Media Player nachgegucke. Da habe ich wieder keine Ahnung, wo wir gerade uns befinden. Verdammt. Ich wollte mich doch extra nicht verlaufen. Na, hier waren wir doch gerade, oder? Genau, hier bin ich hier lang gelaufen. Und dann... ...müsste unser Portal da drüben sein. Ich glaube, das kommt nicht hin. Ah, verlaufen im Nether. Gibt es ja eigentlich Koordinaten. Ist 0-0 da, wo unser erstes Portal steht? Ich weiß es nicht. Da ist der Gasp. Den kriege ich auch von hier aus nicht. Der sieht mich ja von hier aus nicht mal. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja gut, bevor wir hier noch sinnlos rumhängen. Soooot. So, jetzt töten wir hier mal alle. Ich will mehr EP. Ich glaube, das kriege ich derzeit am besten hier. Dankeschön. Hast ihr mich noch? Ja, ja, ja. Nein, dahin kommt Gasp. Das ist jetzt ein schlechter Witz. Ey, ey. Kann man gerade nicht vom Fleck. Joop. Komm, den krieg mal. Ich will so eine Gästenträne mal wieder haben. Ich glaube, wir haben noch eine. Braucht man auch für... Tränke... ...nicht mal... ...annähernd in Gefahr. Beide. Hör. Bjęt. Bein. Hör. Hat doch stehen. ich habe es fällt alles in die lava mann hast du mich noch die habe ich wieder lieb doch ist sie zu süß aus zurück zum absender gab keine gästtrainer oder aber immerhin habe ich zurück geworfen keine ahnung warum übrigens unserer folge wieder nicht funktionieren aber wahrscheinlich werden die immer wieder weg die map kopiere ja wir zum beispiel für eines der specials 100 aus special und so oder wenn ich irgendwas wieder bearbeitet oder nachguckt ausprobiere mit der map aber die frage bleibt wo zur hölle ist unser portal baume halt dass man noch ein bisschen close down ab ich weiß wir haben noch genug aber desto mehr wir bauen desto wahrscheinlicher wird dass wir das nicht mehr schaffen eigentlich wollte ich nur was kurzes in der hölle scouten aber das ist das scouting auch doof und eigentlich habe ich ja schon gesehen dass es keine wirkliche weitere möglichkeit gibt als ich einfach dann vom portal aus durch den fels weiter zu graben um dann von dort aus einfach noch ein portal zu stellen und dann kilometer weiter weg vom portal einfach sich dann neues bohren zu lassen das machen wir natürlich erst dann wenn das neue update gekommen ist und gepatcht wurde und dann können wir vielleicht auch smaragde dort finden dort werden uns auch einen second outpost ding da bauen keine ahnung was das wird aber es wird irgendwas aber als allererstes wir müssen nach hause das heißt wir müssen unser portal finden kann nicht so schwer sein hier es kommt mir so alles recht unbekannt vor forever load in der hölle ich schwein nach weg fragen aber die sind immer so ungesprächig die grunzen ein neuer immer an okay das hat man auch manchmal bei menschen haben wir versuchen sie zu reden schweine schwein nach hinten angestiegen das ist immer so laut diesmal haben sie nicht mal dieses typische geräusch gemacht liegt dp aber ich glaube keine ahnung da liegt sonst nichts was mich interessiert wegen scheiße ich jetzt drauf tag einfach weiter level 30 jetzt ist mein schwert eigentlich verzaubert haltbarkeit 1 ja wunderbar nicht wirklich jetzt komme ich ich habe gesehen herzen aufgefüllt ich habe keine gesehen doch aber da ist einer doch aber da ist einer ha ha ne falsches video falsches spiel falscher film ich habe doch mal junger da geht es nur ganz steig ab ich bin auf der insel das tue ich weil wo kam ich her das kann es doch echt langsam nicht mehr sein sonst würde ich ein video spielen immer wirklich gut was die orientierung angeht aber oh mein gott oh mein gott oh mein gott es war fast so weit ich sah es schon ich sah mich gerade schon fallen alter vater zu viel für mich nein nicht schon wieder der hater ich weiß nicht noch akku auf uns das gut kann man jetzt mal weiter suchen gleich wo man auch hin soll jetzt hier runter da wieder rüber auf geht's ja schön schöne traurige musik kommen ich brauche was positives ich brauche ich muss hier auch positive energie hinkriegen ok diese pilze sagen mir nichts auch guck mal da sind slimes die trocken doch jetzt auch was nicht darunter spring slime boah alter komm spring nochmal zack sterbt 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 und droppt da da einmal magma irgendwas magma creme hieß die so habe ich jetzt wirklich nur eine bekommen nur eine magma creme aus den ganzen schweinerei schweinerei jetzt ja nicht schuppen meine freunde und dann magma creme aber aber auch schnell immer gegen die wand laufen nach oben kommt nicht noch einer gibt mir die ep ja super so hier immer noch slimes ach nein das ist das lied übrigens schon wieder so negative energien versprüht oder so chillig energie hallo wir sind ja in der hölle ich bin mir in ruhe ich bin mir in ruhe ich bin mir in ruhe oh epic drop epic drop gold krone war goldner helm wach so 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 nicht mein freund so nicht prost und nom 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 alter vater ich komme hier echt nicht mehr raus aber ich bin schon level 14 das hat sich alles gelohnt ich habe auch der magma creme bekommen und den goldenen helm aber na oh nein schon wieder so einer gespawnt weg hier nein sie sind immer noch an agro ha gedodged jungs gedodged und 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 kein schaden so agro nein bist du nicht der da läuft mir noch hinterher der hat noch nicht aufgegeben mich zu töten alle anderen mögen mich wieder ok 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 das kommt mir alles nicht bekannt vor sowas da hätte ich schon längst abgebaut so mein einer verfolger den habe ich auch noch abgehangen gut ich hole euch nicht mehr ok man ich will weiter bauen nicht hier sinnlos rumlaufen lecks haben verdammt lecks heißt ja eigentlich es wird neues zeug generiert das ist schlecht wo sind wir denn von den zahlen her komm jetzt laufen wir mal nach den zahlen mein gott ich hoffe jetzt nicht ok das wurde wirklich erst gerade generiert da fließt nämlich gerade aus die lava runter ok hier sind wir auf jeden fall falsch ha was machen wir denn ich glaube ich bau da noch wow jupala alter ich dachte erst der geht auf mich los erstmal einen schluck essen ja einen schluck essen hab richtig gehört hier unten das führt uns ich würde mich jetzt irgendwo hin ich würde eigentlich jetzt ein bisschen nach dahin führt mich das dass dieses eine vorkommen aber ich kann ja auch das andere da wow das hier abbauen das ist schön sicher und da kommt man auch an allem dran haben wir noch ein paar close down und jeder ist glücklich das müsste ich bin glücklich ca so in welche richtung müssen wir denn saht ihr ihn so ich so so ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020